Wir haben in Bayern das Phänomen, dass es eine ganz große Anzahl von Lehrkräften gibt, die nicht verbeamtet sind, weil sie sogenannte Aushilfsverträge haben. Ursache sind die zu wenig vorhandenen Stellen, die die Bayerische Staatsregierung zur Verfügung stellt. Und diese Aushilfsverträge gehen nicht über das ganze Jahr, sondern lediglich immer bis zum Schuljahresende. Was bedeutet, dass sich diese Lehrkräfte dann im August arbeitslos melden müssen und dadurch natürlich in finanzielle, wirtschaftliche Schwierigkeiten gelangen. Wir Freie Wähler fordern ganz klar, wir brauchen hier verlässliche Arbeitsbedingungen für unsere Lehrkräfte und wir fordern einen vollumfänglichen Ganzjahresvertrag für diese Aushilfslehrkräfte.